Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu einer neuen Kaderplanung. Heute geht es weiter mit dem FC Schalke 04. Ja, letzte Woche haben wir schon auf den Kader von Mieser 04 geblickt, aber im Falle des 2-Liga-Verbleibs. Und heute gucken wir mal darauf, was sich verändern wird. Sollte Schalke es schaffen, in die Bundesliga zurückzukehren? Ein Szenario, was ja auf jeden Fall möglich ist. Nicht mehr, nicht weniger. Denn klar ist auch, dann ist ein bisschen mehr Kohle da. Es gibt mehr TV-Gelder, man hat natürlich auch einen größeren Anreiz, vielleicht für neue Spieler diese zu holen. Aber natürlich hat man auch Spieler im Kader, die vielleicht nicht gut genug sind für die 1. Bundesliga. All das hier und heute kompakt im Video. Und klar ist natürlich auch, es hängt viel davon auf, wer neuer Trainer wird. Das wissen wir aber nicht. Und das macht die ganze Kaderplanung sogar nochmal etwas schwieriger. Unabhängig vom neuen Trainer kann man da beim Tor schon relativ klare Planungen treffen. Ralf Fährmann ist die Nummer 2. Die Verträge von Martin Freisel wie auch Michael Lange laufen zum Säune aus. Abgänge möglich. Bei Michi Lange ist die große Frage, bleibt ein weiteres Jahr als Nummer 3? Wenn nicht, wen holt man dann vielleicht als erfahrenen Nummer 3? Oder holt man ein junges Land aus der eigenen Jugend möglicherweise hoch? Oder wird er vielleicht auch Torwarttrainer oder sonst was? Also das ist durchaus möglich. Dann wird Schalke sicherlich erhalten bleiben. Ist aber auch nicht ganz so wichtig. Die größte Frage ist eher, wer wird nächster der Nummer 1? Im Falle der 2. Liga habe ich ja gesagt, da würde ich Martin Freisel durchaus vertrauen. Auch bedingt durchs Finanzielle. Bei möglichen Aufstieg kann ich mir schon vorstellen, dass man eine neue Nummer 1 suchen wird. Und möglicherweise auch finden wird. Und spreche dann natürlich dafür, dass man zwei Abgänge hat. Zum einen eben Martin Freisel, der durch gute, souveräne Leistungen, durchaus Interessenten auf sich persönlich hervorgerufen hat. Und eben Michael Langer, gehe ich mal von aus, dass der auch bedingt durch den Kreuzbandriss im Sommer aufhören wird. Klar ist auch, bei zwei Abgängen brauchst du mindestens zwei neue Spieler. Eine neue Nummer 1 muss her. Ralf Fährmann bliebe trotz hohem Gehalt ist die Nummer 2. Und Felix Wienand wäre jetzt mein Vorschlag als Nummer 3. Als junger Mann aus der Klappenschmiede eine hinterher Lösung. Oder dann eben doch wieder eine erfahrene. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, da ist vor allem auch die Suche nach einer neuen Nummer 1 im Falle der Fälle deutlich wichtiger. Auf den Positionen der Außenverteidiger wird es zum ersten Mal so richtig interessant. Denn jetzt kommen wir mal zu einem klaren Unterschied im Vergleich zum Zweifelverbleib. Weil man eben die Möglichkeit hat, vielleicht Leihspieler wie Thomas Ouvian zu halten. Er ist ja ausgeliehen vom Azec Alkmaar. Ist ein richtig guter Spieler für Schalke 04. Spielt eine tolle Saison. Ist absolut gesetzt. Aktueller Verletzter hat ihn Kerem Czalanuklu gut vertreten. Somit ist die linke Seite allein schon interessant, was da passiert. Weil ich glaube nicht daran, dass wir auf Schalke beide, links der Tadiger, Czalanuklu und Ouvian, im nächsten Jahr noch sehen werden. Einer wird gehen. Da lege ich mich fest. Entweder Ouvian, weil man ihn nicht bezahlen kann. Beim Aufstieg ist es aber durchaus möglich, dass man noch mindestens ein Jahr weitermachen wird. Oder Czalanuklu, weil er Spielpraxis braucht. Und ich glaube an Szenario 2. Man wird Thomas Ouvian im Falle des Aufstiegs fest verpflichten wollen und wahrscheinlich auch können. Mit ihm vollkommen als Stammspieler planen und dann Kerem Czalanuklu verleihen, um ihm Spielpraxis zu geben. Auf rechts ist die Geschichte etwas eindeutiger. Memo Aydin hat noch einen langfristigen Vertrag. Der ist natürlich zu 100% eingeplant. Andreas Winter ist aktuell noch verletzt. Wenn er zum Ende der Saison ganz gut performt, nicht überrangt, sondern schon ganz gut, bin ich mir sicher, wird die Kaufoption gezogen. Und Reinhold Rampftler hat wohl auch deswegen keine wirklich allzu große Zukunft in der zweiten Bundesliga nicht wirklich beweisen können. Ist die Frage, ob das in der Bundesliga nochmal Sinn machen würde mit einem neuen Anlauf. Ich glaube eher nicht daran. Abgänge wären dann eben Reini Rampftl und Kerem Czalanuklu. Czalanuklu hatte ich immer noch viel von, aber er muss halt etwas mehr spielen. Da wäre sicherlich da eine einjährige Laie für alle Seiten eine gute Option. Rampftler auch bedingt durch die Konkurrenz und durch sein eigenes Leistungsvermögen, was noch nicht wirklich da ist, sehe ich nicht nochmal auf Schalke. Potenziell sehen wir dann für rechts hinten Aydin und Windheim. Das wird auf jeden Fall ausreichen, wenn man auch noch mit Henning Matricciani ein flexibeles Spiel hat. Plus noch einen möglichen Leihrückkehrer, der da auch spielen kann. Für links eben Thomas Over, das ist ja auch ein Stammspieler. Und dann ist halt die große Frage, wer ist sein Backup? Das hat er mit Czalanuklu schon ganz gut gemacht, weil es einfach schwer ist, einen zu finden, der gefühlt nie spielt. Aber wenn er spielen muss, dann muss er auch direkt Leistung bringen. Und da ist halt die Aufgabe von Schröder, dann einen guten Backup zu finden. Vielleicht auch einen erfahrenen, der dann auch die Rolle durchaus annehmen kann. In Verteidigung ist ähnliches Thema wie bei Thomas Over mit der Leihspieler-Festverpflichtung und in diesem Falle nämlich bei Ko Itakura. Er ist sicherlich einer der Besten für Schalke 04 in der aktuellen Saison, spielt eine grandiose 2. Liga-Saison. Ob auf der 6 wie aktuell oder in der N-Verteidigung ist er relativ unerheblich. Er kann beides, er kann alles richtig gut bei Schalke 04. Und natürlich will man den Japaner halten. Problem, Kaufoption beträgt 4,5 Millionen Euro. Beim 2. Liga-Verbleib sehe ich ihn überhaupt nicht mehr auf Schalke. Und selbst beim Aufstieg ist da schon extrem viel Geld. Geld, was man vielleicht dann bezahlen kann, wenn man mal Ligtschau verkauft. Den sehen wir ja ganz links. Das Top-Talent auf Schalke, sicherlich der Spieler mit dem größten Marktwertpotenzial, wo Schalke Geld verdienen kann. Im Winter gab es schon erste Gerüchte und selbst beim Bundesliga-Aufstieg, glaube ich, weiterhin eher einen Abgang von Malik Chau. Auch weil Schalke vielleicht ganz froh sein wird, wenn man da 10, 15 Euro bekommen wird. Was man dann wiederum in Spieler wie Ovian oder Itakura investieren kann. Marius Lode ist sicherlich ganz klar eingeplant. Da habe ich auch schon letztes Mal gesagt. Das ist einfach ein langfristiger Transfer. Auch wenn er schon 29 Jahre alt ist. Weil man eben mit ihm vor allen Dingen ab der nächsten Zeit noch plant. Weil eben dann auch höchstwahrscheinlich ein Salif Sané weg ist. Sein Vertrag läuft aus. Er hat zum einen sehr, sehr hohe Skull. Zum anderen ist viel verletzt. Da sehe ich keine Zukunft. Bleiben noch Henning Matriciani als souveräner Backup. Den kann man immer reinschmeißen. Egal ob rechts, links, zentral und Mohmarjin Kaminski. Ein sehr erfahrener Innenverteidiger. Starker Linksfuß. Vor allem auch in der Dreierkette. Sehr gut aufgeroben. In Liga 2. Sehr, sehr gut. In Liga 1. Bin ich mal gespannt. Aber als Backup kann man ihn da sicherlich auch weiterhin noch gut gebrauchen. Sprich, Abgänge wären hier Malik Chau und Salif Sané. Kohitakura könnte man dann eben möglicherweise auch halten. Wie gesagt, bei Malik Chau sehe ich einfach, dass er sicherlich Angebote reinfertern werden, die man dann auch annehmen wird. Und Sané ohne wirkliche Zukunft. Potenziell ist das an Lode, Itakura, Matriciani und Kaminski. Wäre ein bisschen wenig. Ich glaube, ein weiterer kann das schon nicht schaden. Auch mit Stammplatzpotenzial. Natürlich kann er auch das davon haben, in welchem System du spielst. Spielst du mit einer Dreierkette, muss auf jeden Fall noch einer kommen. Bei einer Viererkette aber eigentlich auch. Ja, das ist halt die Frage, welcher Trainer am Ende kommt und wie man da taktisch vorgehen möchte. Mittelfeld. Sechser Position, Achter Position, Zehner Position. Das zentrale Mittelfeld also. Haben wir jetzt mal auf der Agenda stehen. Und da hat der Schalke wirklich viele Spieler. Viele Spieler, weil man zum einen Verletzungspech hat, wie bei Latza oder eben auch bei Dong Zhongli. Viele Spieler aber auch, weil sich keiner so richtig durchsetzen konnte. Ausnahmen sind aktuell, zumindest Rodrigo Salazar und auch Florian Flick, muss man sagen, der in den letzten Spielen eine wirklich gute Entwicklung genommen hat. Aber beim Rest ist die Zukunft dann doch schon relativ offen. Weil die Frage ist, was ist beim Aufstieg mit Leuten wie Victor Palzon, Dominik Drexler oder auch Danny Latza? Drei super erfahrene Spieler für eine Zweitliga-Range und eigentlich auch sehr, sehr gut. In der Bundesliga weiß man nicht, welche Rolle die da spielen könnte. Ob man vielleicht Einzelne davon abgibt, ob man sie als reine Backups einplant, ob man vielleicht so eine Leistungssteigerung nochmal ihm zutraut, ist halt die große Frage. Weil einige funkt in der Bundesliga sogar besser als in der zweiten Bundesliga. Das ist alles sehr, sehr spekulativ. Deswegen glaube ich, kann man die jetzt nochmal mit einplanen, neben Flick und Salazar. Abgänge sind dann schon möglicherweise Marc Schatkowski, da bin ich mir sicher. Bei Jaroslav Mikhailov bin ich mir auch relativ sicher, dass der jetzt noch weg sein wird. Fragezeichen für mich bei Blendi Idrisi und Dong Zhongli. Idrisi, weil er einfach auch ein junger Spieler ist, der spielen muss und aktuell schon etwas schwerer hat. Beim Aufstieg in die Bundesliga könnte man vielleicht nochmal ein Mittelfeld Verstärkung holen wollen, wodurch vielleicht in einer Zeit nochmal weniger werden. Da bin ich gespannt, wie es weitergehen wird. Und bei Dong Zhongli weiß man halt nicht wirklich, was er wirklich kann. Er hat bislang einmal gespielt für Schalke gegen Düsseldorf, wo alle schlecht waren. Er ist ein technisch sehr, sehr starker Spieler, ein super Distanzschuss. Hat sich bislang in Europas liegen, aber noch nicht etablieren können, logischerweise, weil halt noch ein Neuzugang ist. Und er ist direkt verletzt. Er fällt lange Zeit noch aus, ist die Frage, ob nochmal spielen wird für Schalke. Kaufoption beträgt über einer Million Euro, also durchaus viel Geld für Schalke. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob man den Fässerpflichten wird. Deswegen aktuell meine Tendenzabgänge. Mark Schatkowski, Dong Zhongli und Jaroslav Mikhailov. Idrissi ist halt die Frage, wie man ihn einplant. Auch da ist halt der Trainer wichtig. Und bei den Erfahrenen, wie Palzon, Latzer, Drexler, muss man halt selber entscheiden, was man denen noch zutraut. Ob das Sinn ergibt, ob man da vielleicht auch andere Angebote bekommt von Vereinen. Wer weiß es nicht, wo ich mir sicher bin. Salazar und Flick werden eine gute Rolle einnehmen. Also, potenziell sehen wir dann die gerade angesprochenen. Plus ein Fragezeichen. Jetzt hat er gerade schon angerissen. Ich glaube schon, dass Schalke, wenn man halt mit zwei, drei oder auch vier Mittelfeldspielern spielt, noch eine Verstärkung holen möchte, der auch wirklich möglicherweise ein Stammspieler ist, um da einfach nochmal etwas mehr Power im Platz zu bringen. Weil das Mittelfeld war schon oder ist immer noch eine Problemzone bei Schalke 04. Die nächste Problem, zu nennen, wenn man so will, ist sicherlich die Position des Flügelspielers. Bislang in der Sorg kein großes Problem gewesen, wenn man mit einem 3-5-2-System gespielt hat, sprich ohne Flügelspieler. Aber wenn man eben im Sommer ein neues System hat mit Flügelspielern, muss er nachgelegt werden. Aktuell haben wir dann nur Darko Cholinov. Die Leiger von Stuttgart spielt eine gute Rolle auf Schalke. Nicht mehr, nicht weniger pendelt so zwischen 1. Elf und Ersatzbank. Ist halt so ein bisschen Schalkes Allzweckwaffe. Hat schon Stürmer gespielt, links und rechts außen. Auf der 8 gespielt, rechter Wingback in der 5er-Kette. Also, der kann überall spielen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen sein Problem, dass er dadurch nirgendwo so richtig, richtig sich durchsetzen konnte. Aber aufgrund seiner Variabilität, seiner Flexibilität natürlich auch in einer gewissen Art und Weise eine Waffe für Schalke. Sein Live-Vertrag läuft aus. Der Elf und Ersatzbank hat keine Kaufoption. Trotzdem kann ich mir im Falle des Bundesliga-Aufstiegs einen Verbleib durchaus vorstellen. Wenn man eben auf Schalke die Entscheidung trifft, dass er ihn überhalten möchte. Dann hat man, glaube ich, schon Chancen. Beim VfB ist er wohl nicht wirklich so großartig eingeplant. Vor allen Dingen auch, weil Stuttgart möglicherweise in der Bundesliga bleiben wird. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2024. Deswegen kann ich mir da auch vielleicht einelei Verlängerung um ein Jahr vorstellen. Plus Kaufoption wäre vielleicht eine Lösung, die für alle gut wäre. Deswegen Abgänge sehe ich hier spontan nicht. Ich glaube schon, dass beim Bundesliga-Aufstieg man da möglicherweise weiterarbeiten möchte. Aber auch noch ein weiteres holen sollte. Vielleicht auch einen klaren Flügelspieler, der rechts wie links spielen kann. Wird sicherlich Schalke 04 nicht schaden, wenn es natürlich das System hergibt. Weil klar ist auch, Beispiel aktuelles Saison 3-5-2-System. Da sollte man auch einfach nicht im Flügelspiel investieren, wenn es das System nicht hergibt. Wenn man halt einfach auch nicht wirklich viel Budget hat. Ist ja auch klar. So, und natürlich noch der Sturm. Der fehlt noch aktuell noch mal da Marius Bülter, der natürlich auch nochmal auf dem Flügel spielen kann. Und natürlich die beiden wirklichen Stürmer Simon Terodde und Marvin Pieringer. Bei Zweien ist die Zukunft für mich klar. Im Falle des Aufstieges sind auch Bülter und Terodde noch ganz klar eingeplant. Und ganz wichtige Faktoren. Terodde, sein Vertrag wurde ja auch erst vor kurzem ein weiteres Jahr verlängert. Und Bülter ist ohnehin wichtig für den S04. Fragezeichen für mich bei Marvin Pieringer. Ähnliche Geschichte wie bei Idrissi und Schala Nuklu. Um den nächsten Schritt zu gehen, muss er auch einfach viel spielen. Beim Bundesliga-Aufstieg wäre das sicherlich nochmal schwieriger als beim Verbleib in Liga 2. Deswegen auch da vielleicht eine Ausleihe, ein Thema. Ich habe jetzt erstmal spontan gesagt, wahrscheinlich erstmal nicht. Da wird man gucken, was auch die Konkurrenz so hergibt im Sturm. Weil klar ist, da muss im Falle des Bundesliga-Aufstiegs nachgelegt werden. Ja, Simon Terodde ist ein Goalgetter, der überragend ist im Strafraum. In der Bundesliga kann er das zeigen. Da bin ich mir sicher, auch wenn er es bislang noch zu wenig getan hat. Klar ist aber auch, er ist eben schon 34 Jahre alt. Er sagt jetzt zwar selber, er will noch 4-5 Jahre spielen, seine beste Zeit kommt erst noch. Trotzdem sollte man dann nicht blauäugig sein. Da muss noch eine Verstärkung her, da muss noch ein klarer Neuner her, der eben auch genauso wie Tirodde starten könnte. Und dann nochmal deutlich besser als Marvin Piringer. Sonst wäre das schon dünn für die Bundesliga. Eigentlich müsste man das auch in Liga 2 machen, aber vor allen Dingen beim Bundesliga-Aufstieg. Muss dann weiterer Stürmer her. Und dann ist halt die Frage, ob vielleicht bei Piringer eine Laie ganz gut ist. Aktuell ist er ja zu uns verliehen. Aber die Kaufoption ist ja wahrscheinlich sogar schon gezogen worden, weil es eine Kaufverpflichtung war mit relativ niedrigen Ansetzungen. Deswegen ist natürlich auch da eine Weiterleihe durchaus möglich. Verliehene Spieler. Natürlich auch nochmal kurz der Blick darauf. Ganz kurz zu Boston und Matondo in der Kategorie Leihklub schlägt zu. Überzeugen beide. Matondo vor allen Dingen auch bei Serklebrügge sehr erfolgreich. Was Tore und Assists angeht, ganz klar gesetzt. Can Bostouan bei Bejiktas mal gesetzt, mal auf der Bank, mal etwas weiter weg von der ersten Elf. Aber trotzdem spielt er eine gute Rolle. Ich denke mal, die beiden Kaufoptionen werden gezogen. Wodurch Schalke dann schon mit 3, 4, 5 Millionen Euro plant. Kann durch die beiden Spieler. Und keine Zukunft auf Schalke haben. Natürlich Ossankarbak und Amin Arit. Manche Fans wünschen sich zwar vor allem auch einer Amin Arit im Mittelfeld neben Rodrigo Salazar. Aber auch im Falle des Bundesliga-Aufstiegs. Es ist das einfach nicht realistisch. Solche Spieler passen nicht mehr zu Schalke 04. Solche Spieler müssen jetzt auch endgültig abgegeben werden. Problem ist, Kabak und Arit können sich nicht wirklich zeigen. Kabak bei Nowic pendelt zwischen Stammplatz und Ersatzbank. Arit pendelt zwischen Joker und Ersatzbank. Also spielt noch eine geringere Rolle. Das ist dann schon schwierig natürlich auch für Schalke da im Sommerabnehmer zu finden. Das wird wieder sicherlich mit die größte Aufgabe, weil sie einfach unglaublich viel Gehalt schlucken. Aber natürlich auch trotzdem noch durchaus Ablöse-Potenzial haben. Vielleicht können wir für beide noch 10, 15 Minuten, wenn es wirklich gut läuft. Von diesen 30 Minuten, die man vor allem ja mal sagt, da muss man sich sicherlich verabschieden. Aber natürlich ist auch da nochmal Budget drin, was man rausholen kann. Auf jeden Fall weg sind sicherlich Hamza Mendil. Ist die Frage, ob der bei Gaziantep in der Türkei bleiben wird. Hat eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt. Es gibt aber keine Kaufoption. Lebo Mercan ist auch verliehen in der Türkei nach Kara Gümrück. Spielt da keine so große Rolle auf Schalke. Aber sicherlich auch ohne Zukunft. Und auch Dries Wautas sehe ich ohne Zukunft auf Schalke im Falle des Bundesliga-Aufstiegs schon in Liga 2 nicht funktioniert. Aber natürlich ist auch da klar, wenn ein neuer Trainer kommt, kann er vielleicht auch genau solche Spieler nochmal steigern. Möglicherweise. Und bestes Beispiel könnte da für mich ein Timo Becker sein. Aktuell, er verliehen von Schalke an Hansa Rostock. Hat ja schon in der Bundesliga zeigen können. Schalkes Abstiegs ist auch, dass er durchaus ein Part sein kann. Er nicht ganz unwichtig ist im Schalkerspiel. In der 2. Liga nicht so richtig funktioniert. Und da Gramozis keine große Rolle mehr gespielt. Und bei Hansa Rostock komplett gesetzt. Als rechter Verteidiger einer Viererkette. Und ich glaube schon, dass man auf Schalke so klug ist. Und ihm die neue Chance geben wird. Weil er einfach auch sehr flexibel ist. Und sicherlich auch nicht meckern würde. Wenn er erst einmal nur Backup wäre für die rechte Seite oder für die Innenverteidigung. Da hat man dann einen guten Spieler, den man immer reinschmeißen kann. Und somit glaube ich schon, dass da eine neue Chance möglich ist. Bei allen anderen sehe ich aber keine Zukunft mehr auf Schalke. So, Transferplanung. Sehen wir nochmal kurz in der Übersicht. Torhüter 2. Eine neue Nummer 1 möglicherweise. Und eine neue Nummer 3. Verteidigung. Auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger. Sollte man Malik Can verkaufen. Plus einen neuen linken Verteidiger. Sollte man eben Cananuklu verleihen. Im Mittelfeld wäre eine Verstärkung für die Zentrale sicherlich nicht verkehrt. Ebenso für die Flügel nicht. Und im Angriff sollte man auch einen neuen Stürmer holen. Nochmal ganz kurz zum Thema Transferbudget. Weil natürlich auch viele Schalke-Fans so die Hoffnung haben. Wenn man ja Arit, Kabak, Malik Chau für zig Millionen verkauft. Dass man dann vielleicht 20, 25 Millionen Euro einnimmt. Was ja gar nicht mal so unrealistisch ist. Wenn man nochmal an Matondo denkt. An ein Can Boss. Und die auch nochmal ein paar Millionen reinspielen werden. Dass man auch genau das Geld wieder reinvestieren kann. Daran glaube ich nicht. Und deswegen ist es auch so schwer zu sagen. Welche Spieler bleiben werden. Ein Koh Itakura 400 Millionen Euro. Ein Ovian rund 3 Millionen Euro. Die kann man eigentlich gar nicht finanzieren. Dann musst du schon wirklich Spieler verkaufen. Und wenn du solche Spieler wie ein Malik Chau verkaufst. Ist auch klar. Dass dann mit dieser Transferplanung, die wir hier sehen. Wo ja Itakura und Ovian sozusagen schon gekauft wurden. Es kein großes Budget geben wird. Das muss man ganz klar so sagen. Selbst wenn Schalke 20 Millionen Euro einnehmen würde. Und davon auch nochmal Koh Itakura und Ovian verpflichtet. Bleibt nicht mehr so viel Geld. Weil man sicherlich auch nicht 20 Millionen Euro reinvestieren wird. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle. So. Und nun nochmal kurz der Blick auf die Startelf. Aktuell sehen wir links unter Mike Büskens. Aktuell die erste Elf. Aber jetzt mal Andreas Windheim. Rechts hinten beigepackt. Das ist ja ungefähr die, die wir aktuell so erwarten können. Und eben rechts die potenzielle Startelf in der Fußball-Bundesliga. Und da sehen wir erstmal einen kleinen Fehler. Martin Freisel müsste entweder halt da stehen. Oder nur noch Nummer 1. Sorry an der Stelle. Aber das Interessante ist vor allen Dingen halt davor. Wenn man jetzt mal bei diesem System 4-4-2 bleibt. Natürlich ist auch das komplett offen. Da könnte jedes System in der Welt stehen. Weil man einfach noch nicht weiß, wie Schalke spielen wird. Sehen wir links Andreas Windheim. Äh, Andreas Windheim. Rechts Andreas Windheim als sicherlich mit erste Möglichkeit. Neben Memo Aydin links Thomas Ovian. Ganz klar gesetzt. In Verteidigung sehe ich dann im Vergleich zu Aktuelli Takura. Wieder etwas weiter zurückgezogen. Um einfach da ein ganz wichtiger Stammspieler zu sein. Daneben könnte durchaus wer Neues kommen. Oder man traut Lode diese Rolle zu. Oder eben auch ein Kaminski. Die Doppel 6 sehe ich mit Flo Flick. Eine wirklich gute Alternative. Der sich auch nochmal steigern kann. Daneben würde ich mir schon noch für Schalke ein neues wünschen. Ebenso auf dem Flügel. Rodrigo Salazar sicherlich auch ganz klar gesetzt. Doppelspitze blieb über Wilter und Tirotte. Natürlich aber auch dann im besten Falle mit etwas mehr Konkurrenz. Wo man auch noch einen richtig guten Stürmer als Backup dabei hat. Und somit war das meine Kaderplanung für Schalke 04. Im Falle des Aufstieges in die Fußball-Bundesliga. Und wir sehen, auch da wäre die Kaderplanung wieder ein kleines Abenteuer. Und wieder eine ordentliche Challenge. Denn Schalkes Umbruch, der im letzten Sommer angegangen wurde und da schon groß war, ist noch lange nicht vorbei. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Mich interessiert nun eure Meinung zu meinen Plänen für Schalke 04. Schreibt sie mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.